Guten Tag und herzlich willkommen auf dem Weg eines Noobs. Darknasti, kannst du bitte das Quad aufmachen? Ist das gelockt oder was? So, äh, Squad verlassen, so, beitreten, bin in Hotel, bin in Hotel, so, dann würde ich sagen, jetzt müsste eigentlich auch jeder hier rein joinen können, hoffe ich zumindest, ist doch gar nicht gelockt, ich verstehe das nicht, ah, da ist er. Wunderbar, läuft. So, dann können wir jetzt auch mal loslegen, ne, hat ja jetzt auch lange genug dauert, ich würde sagen, schadeigen wir bei der Antenne ein, weil da steht ein Tank. Äh, was? Das glaube ich jetzt aber nicht, das muss, das muss ein Fehler, das war definitiv ein Fehler in der Matrix. so nenne ich es jetzt einfach mal. Nö, kein Serverwechsel, machen wir vielleicht gleich, jetzt erstmal nicht. So, mal ein bisschen Flugabwehr, ne, haben wir lange nicht gemacht. Haben wir es überhaupt schon mal gemacht während der Aufnahme? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich in der Flugabwehr auch noch so gut wie gar keine, zack, da ist er da. Das sah aber komisch aus. Äh, in der Flugabwehr habe ich noch so gut wie keine Punkte. Deswegen ist hier auch noch nichts freigeschaltet. Ist das der Server, der hier laggt? Und dann wäre nämlich ein, äh, Serverwechsel doch gar nicht so schlecht. Müssen wir gleich mal hier ein bisschen beobachten. Ob das jetzt hier ein Serverwechsel ist oder ob das jetzt hier an den einzelnen Spielern liegt, dass das hier so durch die Gegend laggt. Man weiß es nicht. Auto-Balancing-Teams-Now. Ich muss gerade mal, da wird gewotet, dass hier jemand rausgeschmissen werden soll. Na, wahrscheinlich war der Typ, der mich vorhin aus dem Jet abgeschossen hat, obwohl er irgendwie gar nicht nur ansatzweise in meiner Nähe war. so. Irgendwie mag ich ja das Gefährt, ne? Gefährt immer so gut. Und zwar ein bisschen huppelig, aber fährt. Und zwar teilweise schneller als ein Jeep. Hindurch! Rauch ist bereit. Komm schon! Nein! Zu hoch! Zu tief! Und... Ei, 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 hör auf! Komm schon! Zieh! Oh, 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 oh! Wo ist der Heli? Wo ist der Heli? Wo ist der Heli? Wo ist der Heli? Ach, da hinten. Oh! So, er müsste jetzt eigentlich da irgendwo... Wo kommt er denn? Wo ist er denn? Da oben ist ein Jet. Kann man auch mal so gegen die Sonne einfach mal versuchen. Wo ist er denn? Da ist er. Irgendwie ist meine Maus immer zu langsam, wenn ich in so Fahrzeuge sitze. Keine Ahnung, weshalb. Keine Ahnung, weshalb. Ja? Sonst eigentlich viel zu schnell und hier im Fahrzeug zu langsam. Kann man das auch kalibrieren? Ich weiß es nicht. Müsste ich mir eigentlich mal angucken. So, Min da... Sieht jetzt gerade nicht wirklich so aus. So. Der ist down. Hier ist aber noch irgendjemand. Hallo? Hier war doch gerade noch jemand. Da ist der Skillfrings. Kann man eigentlich hier? Ja, kann man. Nein. Wieso steht denn da jetzt der Tank genau im Weg? Das kann doch nicht sein. So, mein Freund. So, nochmal reparieren hier. Vielleicht funktioniert das ja sogar noch. Das repariert das bestimmt und jemand anderes steigt ein. Nee. Das war ja mal ganz nett. Da kommt der Heli. Dann treffe ich wahrscheinlich auf die Entfernung eh nicht. Aber einfach mal hinhalten. Oh. Zumindest ein klein bisschen treffe ich ihn. Aber ich werde auch schon wieder getroffen. so. Einfach mal aussteigen und einfach mal... ihm ins Gesicht schießen und er mir. Dem Ohrensammler. Einfach schön. Ich bin an Platz 1. Jetzt höre aber auf. Das kann doch gar nicht sein. So, nichts da. Nichts da. Aber gehen wir einfach mal bei Skillflings. Flimmling. Skillflings. Gehen wir einfach mal allein. Zack. Gib ihm. zu tun? Ähm. Nicht so viel. Ah, ich bin so schlecht. So. Nein. Nein. Hu. 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 Herr Schwede, Mann. Ich komme mit diesem Ding einfach nie klar. Hat aber auch was mit der Mausgeschwindigkeit hier zu tun. Ne? Weil es langsamer und so. Hab ich aber vorhin ja auch schon mal gesagt. Muss ich mir tatsächlich mal in den Einstellungen anschauen. Wo ist denn eigentlich jetzt der Pipel, der hier auf uns geschossen hat? Sagt mal. Da ist er. He. Nein. Wieso ist denn da immer noch jemand? Zum Kotzen. So, steigen wir bei Frings mal wieder ein. So. Achso. Ist ja auch schon wieder tot. Ist jetzt eher doof. Möchte ich meinen. Aber weiterhin an Platz eins. Was ist denn da los? Aber gleich werde ich von Swiss Navy Seal. Swiss Navy Seal. Macht irgendwie keinen Sinn, ne? Oder haben die in der Schweiz auch eine Navy? Also. Ne. Eigentlich macht das keinen Sinn. Weil. Soweit ich mich jetzt nicht ganz täusche. Sind die Navys doch irgendwie Wasser und so, ne? Ne. Doch. Doch. Müsste doch. Ja doch, ne? Ich mach mich eventuell jetzt gerade hier richtig zum Affen. Aber müsste doch eigentlich Wasser und so, ne? Und Schweiz eher nicht so viel Wasser in der Nähe. Insofern. Was war das? Okay. Wie heißt er? CPT. Oh shit. Triffts ganz gut. Antenne. Einsatz. Am Einsatz. Am Einsatz gibt's noch immer nichts. Naja. Dafür ist ja ein Squad da. So. Ich hab nichts gegen den Tank. Das ist doof. Weil da nämlich ein Tank kommt. Aber ihr habt ja anscheinend alle was. Also haltet mal richtig schön drauf. Jungs. Da wurde ein feindlicher MG Schütze gerechnet. Feindlicher MG Schütze in eurem Eifersgebiet aufwand. Ihr dürft sehr gerne mehr drauf halten. Und jetzt darf hier auch sehr gerne jemand aussteigen, um zu reparieren. Aufnehmen. Er tut es! Nein! Oh! 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 Vielen Dank, mein lieber Frings. Oh! 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 Oh, ein Tank. Ich, äh, bleib doch mal lieber hier. Zieh durch. Ihr dürft gerne mehr auf den Tank schießen. Das wäre ja gar nicht so schlecht, glaube ich. Weil hier kommen die lebendig sonst nicht weg. Oh. Oh, kann man Medikit hier hinlegen? Hier hinlegen. Ui. Da habe ich ja zum richtigen Zeitpunkt abgeräumt, würde ich sagen. Skillfrings hat die Vorarbeit geleistet. Und ich hole mir mal eben die 100 Punkte. Oh, ein Tank. Verdammt, ich habe gedacht, den Jeep könnten wir noch mitnehmen. Können wir nicht. Ich bin mal eben weg. Weil ich kann gegen die Tanks ja eh nichts machen. Aber hier beim Wald scheint irgendjemand zu sein. Hallo? Da hinten ist er. Und? Ach. Habe ich doch noch einmal getroffen. Ha. Ist doch schön. Hier war doch gerade... Au, au, au. Wo? Was? Wo? Ich, äh... Hä? Woher kam denn... Ach, da. Ja, natürlich mal wieder von beiden Seiten. Schön. Einfach schön. Okay, Skillfrings ist ja hier noch in der Nähe. Das heißt... Wir können hier jetzt sogar noch... Äh... Au. Au. Bleib hier. Oh nein. Oh nein. Wo ist er hin? Leider. Oh. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Nein. Verdammt, das war ja jetzt klar. Na gut, aber so ein bisschen... War zwar ohne Konzept und irgendwie ein bisschen durcheinander, aber ich habe zumindest ein bisschen was getan. War zwar ohne Konzept und irgendwie ein bisschen was getan. War zwar ohne Konzept und einfach mit haben zu tun, aber ich meine insignificant sugar. Maggw пер wonen Beschlägen. Wir eran Weib Dahl.